Vielfalt ist etwas wunderbares. Ich denke, wir sollten froh sein, dass es so viele verschiedene Kulturen gibt, dass es auch verschiedene Religionen gibt. Aber ich denke andererseits, überall dem sollte ein Gesetz stehen, das wir alle kennen, Human Rights, das Menschenrecht. Wenn alle das tun, was sie wollen, ist das wunderbar und es ist eine großartige Bereicherung unseres Lebens. Aber ich finde, die Grenze ist da, wo das Menschenrecht anfängt.